Hallo zusammen, hier ist Marcel von AndroidUser.de und vor mir seht ihr zwei Galaxy Nexus. Auf dem linken Gerät läuft Android 4.0 Ice Cream Sandwich, auf dem rechten Gerät läuft Android 4.1 Jelly Bean und wir zeigen euch jetzt den Performance-Unterschied beim Velamo Benchmark. Wie ihr sehen könnt, ist Ice Cream Sandwich zwar schon weiter beim Test, aber die Animationen laufen weniger schön ab und sie ruckeln mehr. Jelly Bean hat jetzt aber kräftig aufgeholt und Ice Cream Sandwich überholt. Auch bei diesem Test erreicht Jelly Bean deutlich höhere Punkte an. Ja, vielleicht wird es sehen. Ja, vielleicht wird es sehen. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.